Mein Name ist Alexandra Stauch und ich habe in meiner Klasse einen Handy-Ratgeber für Kinder erstellt. Also wir haben halt diese Mappe hier oder Broschüre, sag ich mal, gemacht. Also zum Beispiel Kosten und Sicherheit rund ums Handy. Tipps gegen Handy-Mobbing. Wir haben dann auch ein Projekt gemacht, eine Woche ohne Handy. Das kennen die, das haben die auch selbst mit eingebracht in diesen Handy-Ratgeber. Aber diese globalen Zusammenhänge, wo was produziert wird und unter welchen Bedingungen und was das mit uns zu tun hat, das kennen die meisten nicht. Bei mir geht es darum, dass der Junge entführt wird und hier vorne muss der mit anderen Kindern sozusagen in den Krieg ziehen und mit anderen Kindern für die Händler um die Minen zu kämpfen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man vielleicht nicht mehr so oft Handys kaufen sollte, also frische. Ming Michael Gitel 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 Gitel